Wie heißt das? ein Händler. Da müssen wir mal schauen. Hier oben geht noch was. Hier unten ist alles okay. Da gibt es aber ganz viele Teile noch, die hier rumfliegen. Da ist sogar noch ein Gegner. Und hier kann man auch noch was entdecken. Und da auch noch. Okay. Müssen wir mal schauen. Aber das ist hier Stufe 16. Das heißt, wir haben noch weitere Möglichkeiten, tiefer zu kommen. Aber naja, wir werden erstmal hier schauen. Okay, irgendwo wird gekämpft. War das hier unten jetzt? Nee, das war noch nicht da. Aber da in der Nähe. Ja, dann kannst du den noch kaputt machen, oder? Ja. Da ist auch noch einer. Kommen noch ein paar Helden hierher. Aber hier ist auch noch was zu entdecken. Er geht weg. Hier liegen auch noch ganz viele Waffen und sowas. Koblenit Graves. Stone Maze. Longsword. Hier ist noch eine Top Defensiv. Leder Koblenit Armor. Und da nix. Hier ist auch noch ein guter Helm. Und wie sieht es denn hier so aus? Keiner da. Okay. 65 von 80. Die beiden Helden laufen hier lang und wahrscheinlich Treppe hoch und dann weg. Oder wie ist das? Ja. Keine Ahnung, wo die Treppe ist. Aber hier wird es ja irgendwo sein. Ja, da in der Ecke. Hier ist auch wieder ein Helm, der relativ gut ist. Da der nächste. Sogar, nee, doch nicht. Ich dachte, der wäre besser, der blaue. Da sind noch ein paar Buchsen. Hier auch Buchsen und Schuhe. Und das ist gar nicht mal so schlecht hier. Müssen wir mal gucken, ne? 880. 782. Hier sind noch ein paar Schuhe. 1500. Ja, da sind schon ein paar schicke Sachen bei. Die unsere, hier 2000, die Brustplatte. Und die hier, 886. Ja. Cool das. Hier sind einige Brustplatten noch. 1700, fast 1800. Die sogar hier noch Black. Was können die denn? Damage minus 181. Na, vielleicht ist es nicht so eine Dolle. Buchse hier. 645. Hier ist noch ein schickes Hemd mit 1389. Hier unten noch eins. 1218. Hier ist eine Hauptkommunikbrustplatte. 1663. Na, Spyderid Buchse mit 450. Na ja. Hier irgendwo wird schon wieder gekämpft. Irgendwo sind irgendwelche Helden. Wahrscheinlich hier unten, oder? Ja, da war. Und geht hier noch irgendwo gucken? Ne, läuft schon wieder weg, glaube. Hier wäre noch was zu gucken. Aber die sind noch immer da. Das war doch noch woanders. Da oben kommt gerade einer. Der läuft aber wunderslang. Ja. Hier ein Durchbruch wäre vielleicht nicht verkehrt, ne? Ah, Shift-Taste nicht gedrückt, sondern die Steuerungstaste. Hat wieder gut geklappt, ne? So, läuft. Okay, da sind wir schon mal so weit, dass das hier besser werden wird. Wir können hier nochmal buddeln. Damit wir da noch sehen, ob da was drinnen ist. Ja, hier machen wir das auch nochmal. Ja, hier müsste auch jemand gerade mal buddeln. Könnte sich noch was verbergen, genauso wie hier auch. Machen wir so. Ne, unten muss sowieso nur einer hin. Ja, komm, zack. Lass er das alles aushöhlen. Okay, da ist schon der Erste, der das da ausgräbt. Ah, jetzt geht er zur anderen Seite wahrscheinlich, ne? Ne, der haut wieder ab. Oder? Ne, haut doch noch nicht ab. Jetzt wurdelt er da. Ach so, da müssen wir auch jetzt schnell hier, zack, den Durchbruch machen, ne? Okay. Läuft hoch und macht jetzt die andere Seite, oder wie ist das? Ne, geht ganz weg. Ja, hier ist bestimmt noch weiter zu entdecken. Oh, nicht hier. Ja, woanders war das gerade. Ah, hier oben. Kann man jetzt was entdecken, ist die Frage. Ja, hier ist auch schon gemacht worden. Und da gucken wir auch nochmal rein. Wenn wir schon dabei sind, dann machen wir das auf der Seite auch noch. Ne, der Durchbruch wurde nicht gemacht, muss noch woanders sein. Okay. Da sind noch zwei Finder. Da wird es nicht gemacht. Ah, da wurde es gemacht. Gehen jetzt noch hier unten und buddeln da weiter. Jupp. Da war noch ein Hohlraum. Na ja, gut. Das hat ja gut geklappt jetzt hier, ne? Und da können wir eigentlich hier auch noch den sitzen. Okay, da ist nichts mehr zu finden dann wohl. Da können wir nochmal reingraben. Da gucken. Da haben wir schon geguckt. Ja, könnte sein, dass da was ist, weiß man nicht, ne? Ja. Ja, hier gucken wir schon. Ach, da können wir hier mal durchbuddeln, ne? Da können die auch durchgehen, ne? Ah, guck mal, da ist ein neuer leerer Raum. Oh. Sie sind zu zweit. Schaffen sie es? Könnte sich schwierig gestalten, ne? Wow. Ne, haben sie geschafft, zum Glück. Und die Helden können dann in die Ecke noch gucken. Die beiden würden jetzt vielleicht besser woanders hingehen, oder? Die müssen ja erst regenerieren, oder ging das von selber? Weiß ich gar nicht mehr. Okay, der macht den noch weg. Alles ist gut. Aber da werden wir auch jetzt nicht weiter was machen. Weil das soll ein Held da weitermachen. Wo geht er jetzt hin? Mhm. Der hat die Ecke noch ausgesucht. Sieht aber nirgends wo was. Machen wir mal so. Das ist abgeblaut. Da geht ein Held hin. Da ist aber nix mehr zu entdecken gewesen. Ja. Können wir da noch mal gucken. Und jetzt machen wir hier. Gute Frage, ne? Da kann man noch reingucken. Da und da geht auch noch was. Hier ist schwierig. Kloppt das mal weg. Hier könnte auch noch was sein, ne? Machen wir das so. Hier ist natürlich noch was zu entdecken. Ja. Obwohl da ist noch was. Lass den einen machen, egal. Und hier ist ja auch noch ordentlich was, ne? Da reinbuddeln und hier können wir auch reinbuddeln. Das geht schon. Wo laufen sie denn? Ach, hier laufen sie. Sind gerade die Treppe hochgegangen. Und da kommen wieder ein Held. Und dann haben wir da schon wieder eine Basis gleich. Die laufen beide hier runter. Was ist das für einer? Freund oder Feind? Das zerbuddeln wir da mal. Die gehen mit jetzt alle, oder was? Sehr interessant. Okay, da gibt es ja noch was zu entdecken. Und da sind auch schon welche. Geht ihr beide mal da mit hin? Helfen? Okay, braucht keine Hilfe. Wäre aber schön gewesen, ne? Okay, wo geht er gucken? Da um die Ecke? Ja, das ist schon mal schön. Aber er guckt nicht weit genug. Schade. Und er? Guckt doch mal da weiter. Oh. Schade. Das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. Ja, da muss man auch noch was entdecken. Hier auch noch. Hier gehen sie noch weiter. Da kannst du auch noch ein bisschen kloppen. Da machen wir das auch noch. Und hier arbeiten wir uns durch. Oh, irgendwo ist einer gestorben. Das ist schlecht. Wo war denn das? Aber das weiß man jetzt auch nicht. Oh. Gehen wir doch da mal hin. Okay, was ist das für ein Vieh? Das war jetzt nicht so toll. Ich kann ihn jetzt nicht sehen. The Burning Pad. Okay, wer ist das? Big Silver Bow. Aber da ist doch noch irgendwer. Topon Witch. Zombie, okay. Der Händler ist ja nur da. Tatsächlich. 137, 141. Der kriegt noch ordentlich was. Okay, 48 von 80. Das ist jetzt gerade nicht so prickelnd. Die Frage, wann es hier weiter geht. Hm, da sind nur drei Stellen, die ausgehoben werden müssen. Unsere Bergwander sind wahrscheinlich jetzt so gescheitert. Doch einen gibt's noch. Ist die Frage, wie gut der drauf ist, ob er da was schafft, ne? Und ob es irgendwelche Helden gibt, die dann da vorher wegkommen, um hier noch was zu retten. Ja, weiß keiner, ne? Ja. Das gestaltet sich schwierig hier. Auf jeden Fall rücken sie ein bisschen auseinander gerade. Dann kommen nicht zwei auf einmal da drauf. Da kommt noch ein Held. Aber der läuft ganz woanders lang, oder? Ja. Der geht nicht da oben hin. Der geht irgendwo hier unten hin. Hier ist noch was zu entdecken. Mach da aber nicht. Ah, da ist ein Durchgang jetzt geworden. Und geht wahrscheinlich gleich wieder hoch, ne? Wo war der Aufgang? Da ist der Held schon in Erscheinung getreten. Gucken wir mal, was der macht, wo der hingeht. Wo der hingeht. Der eine Bergmann, das ist schon jetzt schwierig mit dem, ne? Hier da oben in die Ecke gucken. Ja, war nix. Aber er hat das Feld geguckt, ne? Das ist ja schon mal was. Nächster Held kommt um die Ecke. Geht auch da rein. Toll. Hier unten sind die Viecher. Oh, da, da. Ah, da ist der Bergmann. Und, ja. Oh, er hat's geschafft. Schön. Ja, aber das war jetzt nicht so die Idee. Ja, das war unser letzter Bergmann. Dieses Viech ist dann doch etwas besser, ne? The Burning Pet. Ja. Jetzt baut keiner mehr ab. Weil wir keinen Bergmann haben eigentlich mehr. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier Happiness kriegen. Und dann können wir wieder mal, ne? Wenn doch hier gerade so viel geschlagen wird. Wo ist denn das? Wo hat man denn gerade was entdeckt, hier? Das muss wohl hier irgendwo in der Mitte gewesen sein, oder was? Keine Ahnung wo. Ach, hier. Da läuft auch noch einer sogar rum, ne? Ein Werewolf. Und da gibt's auch noch Gänge. Okay. Drei Helden, ne? Nee, hat er nicht gesehen. Der auch nicht. Sind sie weitergelaufen. Ja, gut. Okay. Dann würde ich aber sagen, sollten wir die Folge hier beenden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo habt. Und auch wenn euch die Folge gefallen hat, dass dann das Video gefallen hat. Daumen hoch gibt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.